so ja ich habe immer noch keine ahnung wie wir die scharste saugen kriegen sollen die sind verdammt gut so ein kack da ist der zoom ok wir können uns auch nicht hinschleichen oder so ja ja ich weiß da stehen sie an den fenstern wie so geier und lauern über den hof ob der mich erwischt zack den haben wir schon mal wieder in die deckung so wo ist der zweite alter ich dachte dass ich dachte dass wenn du scharfschützen da oben ich dachte da gibt es keine fußtruppen mann das gibt es doch einfach nicht das video gucke ich mir jetzt bestimmt nicht noch mal an mann mann ok aber ja ich weiß es doch quasi auch nicht boah schon drei alter es gibt auch nicht man hat erwischt wie schwer dieses spiel auch ist teilweise so noch mal es muss doch zu schaffen sein kann doch nicht sein dass das hier nicht funktioniert aber du kannst auch nichts machen ja ich weiß es doch wie konnte ich den gerade nur so oft verfehlen erwischt aber jetzt ab wieder kommt der typ jetzt an oder nicht ja also ab in schatten okay so auf jeden Fall dass er kommt so auf jeden Fall dass er kommt doch scheiße nein ach scheiße also jetzt wird es langsam peinlich jetzt bin ich schon das dritte mal was alter was so viele wörter in den mund da muss man die wohl erstmal den mund mit seife ausspülen habe ich das gefühl hätte er mich da einfach bis stück das gibt es doch nicht jetzt wird es aber echt langsam peinlich ich habe schon dreimal verkackt doch ja ich weiß muss dieses alte video niemals zeigen ich würde mich ja gerne dahin sterfen aber das geht nicht da habe ich jetzt tatsächlich einer erwischt so ein scheiß da kommt er jetzt noch hin oder bleibt er da das ist jetzt die große frage ich habe ne idee wo ist denn der was sieht die von hier aus nicht shit jetzt mal ohne quatsch wie soll man da durchkommen das ist unmöglich man ja komm soja das kennen wir ja schon so weiß ich nicht das sind wir jetzt auch in den scharfschützen vorbeischleichen also man sieht hier ist großer räumungsverkauf war jetzt zumindest wahrscheinlich so ikea aktionswachen so so Hör ab. Komm, geh weg. Ihr kannst nichts mit mir. Ihr kannst kein Schnäppchen mehr machen. Siehst du, ist alles kaputt. Die Ware. Und jetzt verschwinde. Komm weg. Tschüss. Husch. So. Geht doch. Oh, du störst mich jetzt aber ein bisschen. Und dein Kollege da drüben auch. Shit, shit, shit. Mann, das ist nicht einfach. Geht da hin. Okay, der stellt sich da hin. So, jetzt gehen wir wieder da vorne hin. Ja, genau. Genau. Jetzt will ich nur vorsichtig sein. Na, bleib stehen. Bleib stehen. Nein! Ach, Mann! Mann! Ey, das gibt es nicht. Das ist immer genau dann umdrehen, in dem Moment. Mann, ey, wie soll man da durchkommen? Kann nicht sein. Müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen ruhiger vorgehen. Nix. Und jetzt geh wieder. Alter, ich zau ab. Komm, jetzt hau ab. Hau ab. Ach, Mann. Ey. Ohne Witz, wie lange. Es geht nicht. Es geht nicht. Ah, jetzt komm schon. Was muss doch zu schaffen sein hier. Komm. Jetzt soll mich doch meine alten Stealth-Fähigkeiten nicht im Stich lassen. Was ist denn hier? So. Alter. Wir hatten nämlich noch gesehen. Ich bin doch unsichtbar. Ach, verstehe ich nicht. Scheint wohl so eine Art Nachtsicht-Brille-Gerät aufzuhaben. Was weiß ich, ey. Komm, dann musst du schaffen sein. Ja. Was ist denn hier? So. Ohne jetzt, wir können es doch hier nirgendwo verstecken, sodass wir von denen rumsteigen könnten oder so. Ja, ja, ja. Scheint. Untertitelung. BR 2018 Ach, verdammt, war klar, dass es nicht funktioniert, ey. Wahrscheinlich so ein richtig billiger Schallämpfer, den man überall hinhört, ey. Ah, man. Gibt's doch einfach nicht. Könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das geschafft habt, wenn ihr dieses Spiel gespielt habt. Also ich verzweifle hier langsam. So. Oh, oh, das funktioniert, ey. Ja, war klar. Ja. Wie viel Mal bin ich jetzt gestorben? Sechs? Sieben Mal? Oh, Mann. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Komm, schau, ey. Okay. Ja, ja, ja. Was ist passiert zu ihm? So. Ach, das gefällt mir. Das gibt's nicht. So, warte, ich mach das jetzt anders. So, warte, ich mach das. Wo bleibt der? Wo bleibt der? Oh, Mann. So, warte, ich mach das. Oh, Mann. Ich mach das, ich mach das. Oh, Mann. So, warte, ich mach das. Ey, das gibt's nicht. Was ist das bloß für ein, was ist das bloß für ein Scharfschützengewehr, ey? Aber überhaupt kein Durchzug, ey. Na, komm. Jo. So, komm, hör auf zum Blinken, damit ich den Typ anlocken kann, da vorne. So. Komm, hör auf zum Blinken, komm, komm, komm. Ja, komm, richtig ab. So, jetzt komm, hier will ich doch vernünftig arbeiten. Ach, hat ein Sammel da hinten. So. Nee. Der war ganz bestimmt nicht aufnehmen, den Körper. Ich hoffe, wir sollten den auch noch herledigen, ey. So. 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 So, ich... Okay, wir sind weiterhin unerkannt. Sehr gut. Jetzt haben wir nämlich hier Ruhe. So, wo sind die Scharfschützen? Da ist einer. Wo ist der Zweite? So, noch mehr Schützen. Ne? Aber wo stehen sie? So, noch mehr Schmerz. So, noch mehr Schmerz. So, jetzt kommen... War da nur ein Schütze? Okay, also so geht's also. Indem man die hier alle erledigt, kommt man hier durch. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal... Oh, ich hab Angst über die Treppe zu gehen, ey. Wenn hier jetzt noch Scharfschützen stehen. Ah, ist wohl aber nicht. Welch da denn? Ein Junge, oder was ist das? Na ja. So, ich hab schon wieder geballert. Oh. 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 Nein, mach mich nicht fertig. Lass mich in Ruhe. Wo ist der denn? Hier ist doch kein Schütze mehr. Oh, da oben! Musik Oh, mein letzter Schuss Scheiße Jetzt ist guter Ratzeuger, ey Komm, geh weg Musik Ja bitte, bringt doch auch was So, jetzt müssen wir da reinkommen Wir versuchen uns den jetzt mal heimlich zu holen Oh, ich werde die Klappe gerade aber zählen So, jetzt müssen wir uns den mal ohne viel Aufsehen zu holen So, gucken wir erstmal nach hier in allen Räumen Alter, ist hier einer am Ratzen oder was Schön ist, hier ist überall Dunkel In den Räumen, das heißt Ich kann mich hier sehr gut verstecken Ah, okay Gestapo Gefängnis Gott sei Dank, ey Spielstand wird geschweichert Finde den Eingang ins Gestapo Gefängnis Gut, das mache ich dann mal Aber ich denke mal, das mache ich dann in der nächsten Folge Ne? Bis dann Tschau 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 Tschau